den islands ist das nächste natürlich hat sein sein wert hochzukriegen von der bibliothek das ist richtig so mit brötchen was du isst mich frischen ohne meine wenigkeit okay wir haben jetzt hidden islands wir sehen sind das fliegende islands und wir suchen ein zelt über einem brunnen das hast du gleich in der mitte wunderbar wir suchen einen zaubertrank in grün einen grünen und sauber drang die preis fragen wie groß das ist ok er war türkis da ist der geier ein wegweiser gleich links neben der maus wird sagen da wo der typ auf der insel steht halt links hoch ja du hast recht ein kreuz und ein kreuz ein baumstumpf nehmen sie sich bitte ein kreuz mit und darf ich mir eins suchen wo nicht so viele holzspäne rausgucken absolut empfindliche hände wollen tragen ich bin den holzstumpf nicht wo ist mein holzstumpf ich um ein holz ich um ein holz 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 so wir suchen mal was ganz was neues ein stein hinterm zelt oben ja hinterm zelt ist auch ein stein den nehmen wir auch wollen wir suchen mehr steine nehmen wir den stein und den stein den darf ich nicht den stein durfte ich nicht wie gemein wäre zu einfach dann nehme ich den stein den darf ich auch nicht ok und da gehen meine punkte wieder dahin ich würde sagen das ist der in der mitte in der mitte gehen wir weiter da wo deine maus ist rechts runter rechts runter der da nein den will er nicht ja mal den am wasser nehmen den will er auch nicht was ist mit dem da ah den wollte er versuche ich jetzt nochmal den da nee jetzt will er wieder so einen runden jetzt will er so einen kuller stein ein kuller stein ein kulland stein den will er wieder nicht er zieht dann wieder punkte ab da gehen meine punkte wieder dahin zugang es kein klostein ist das ist klosterfrau melissenstein was äh klosterfrau melissenfrau stein frau stein ein einen einen wurf was äh ich seh den stein nicht wo ist mein stein ich zoome mal rein ich such den stein ich such mal ich zoome mal rein oh herrgott ist das dann verschwommen aber ok wie weit geht's denn da rüber oh vielleicht ist da noch eine insel wir haben die gar nicht mitbekommen nö 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 hier ist so ganze gar nix nö und da ist auch ganze gar nix nö nö ah ja hier fängt es dann so langsam an viel bild um nichts klick 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 ok hier ist nix hier ist nix hier ist nix hier ist nix follow the lighter guck dir diese leiter an siehst du wie die die gibt ge-ge-gearbeitet haben ja das ist so das ist so lustig ja man könnte man könnte auch eine ganze leiter zeichnen aber nein wir nutzen eine grafik und nutzen sie mehrfach um sie aneinander zu hängen copy paste copy paste copy paste ist einfacher als für ein bild eine zu zeichnen warsch ich mit dem stein den will er auch nicht die unterschiedliche qualität der ganzen sprites ja guck das hier und das hier ja oder läuft der baum da links ja das sind einfach wahrscheinlich irgendwelche grafikdateien die sie oder diese blume hier ja oder schild was du da jetzt an dem turm dran hast ja das ist schon ist schon nice also hat sich einer richtig mühe gegeben war ein grafikkünstler also der hat bestimmt hat er mal studiert so so grafikdesign immer google logie oder was ja so bist du der stein den wir suchen nein boosted stein na 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 also auch nicht würdest du jetzt sagen der stein fügt qualitativ wieder auf ja würde ich auch sagen deswegen habe ich auf den geklickt aber der ist es nicht hm da hinten ne auch nicht das ist er nicht verdammt da war es bei einer von den qualitativ hochwertigen der war es auch nicht ich habe schon draufgeklickt ah er da oh oh ne oh ok aber jetzt ist es der da und dann ist es der eine dritte da und wo war der letzte davon davon hatte ich noch einen wo ist der letzte davon an dem ich immer punkte abgezogen bekommen habe da so ok wir brauchen ja die sind da nebendran ne das sind sie nicht da unten sind sie auch nicht wo sind die zwei pflänzchen doppelpflanze bist du die doppelpflanze die wir suchen nein du nein ah da ne auch nicht du oh ok wir brauchen aber mehr von diesen doppelpflänzchen ne wir müssen mal wieder ein bisschen rein suchen da ist noch eins da ist noch eins ray sucht die doppelpflanzen die sind hellgrün und das sind nicht doch jetzt auf einmal sind es die ok wir suchen ne pilz ich bin ja eigentlich immer viel zu faul um hier die pilze zu kennen war schon Ewigkeiten nicht mehr ne pilz bist du ein pilz sunlight grey äh tatsächlich nicht ich schmeiß mir die gerne in die Pfanne und futter die ja ich auch aber um die zu sammeln würde ich sagen das endet im krankenhaus du weißt schon dass du äh dass du die nur du musst die nur bücken und sie abschneiden du musst sie nicht fangen oder hinterher rennen er ist eher das was ich dann mitnehmen nach hause aus dem wald und dann fress ah du meinst du mit du nimmst die falschen pilze mit ja ja ok das äh das äh das akzeptiere ich ich hab's damals mit vatern gemacht aber der wusste auch was er tat ja mein vater wusste auch was er tat oh wo ist dieses fast das unheimlich scheiße aus da oh die brauchen so ne krähe 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 stand glaube ich vor irgendeinem gebäude der hat da hinter dem tippie da haben wir das dann kommt die super hässliche blume wo war die die grafische da 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 die super grafische die lampe war da oben und noch so ne blume die zweite hab ich noch gar nicht wahrgenommen die passt doch besser da rein farblich oh da ja der geier der war hier nö hä wo ist mein geiersturzflug hin er saß irgendwo hier oben ist er so dann brauchen wir ein Fässchen ein Fässchen ich glaube wir fahren mit Servizia oh ich darf in die C-A-Kurs ich darf in die C-A-Kurs na hä wo ist das fast hol das was rein eine sehr gute Frage da oh wow ok die Kiste war da unten die hab ich irgendwo gesehen da oh ne nein wo ist nicht der Stein den wir suchen sind wir Geologen oder was weiß ich nicht fühl mich irgendwie nicht gesteinigt äh toll irgendwann müssen wir doch nochmal liebendes Brian angucken sind hier ist hier Frauenvolk anwesend nein 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 ja schön oh da hält der noch nie ne richtig ok wir brauchen wieder ich glaube wenn du so ein Film wie Leben des Brian heute nochmal machen würdest würde alles auf die Decke steigen das Problem ist du kannst du darfst das halt einfach nicht mehr machen weil ich hab ja jetzt auch schon den Satz nicht so gesprochen wie er wirklich ja ich hab nämlich schon mitgekriegt weil weil äh ne das ist er nicht da ist er guti mit sie ok ne einzelne grüne bist du die die da neben der Miene links oder auf dem Bergvorsprung rechts ne das sind zweier das sind zweier Perchen ne ganz rechts wäre noch eine einzelne ganz rechts ne wahrscheinlich ist die wirklich mal hellgrün es gibt ja auch hellgrüne äh müssen wir noch finden da ist sie blau da ne da ne da ne da ne da ne hm ok aber ein Problem glaube ich hab's alle durch die ich anklicken wollte wir gehen wieder nah ran so wir fangen an dem Haus an ne das sieht nicht so aus ob man die anklicken kann die auch nicht ne 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 das ist wie bei den Cartoons damals du hast auch genau gesehen was sich als nächstes bewegt einfach nur was andere Farbe hatte ja aber es ist gut versteckt ich seh es nämlich gerade noch nicht da ja oh der Schild das war irgendwo hier von welchem Turm wo ist dieser Turm der Turm ja das ist auch das letzte wieder perfekt utopisch schön dieses Spiel so und auch von da dieses Spiel werde ich werde ich einen einen wunderschönen Preis nennen wird wahrscheinlich der gleiche Preis sein den ich immer nenne und zwar will Steam gerade nicht laden wir müssen ein bisschen einen Moment Geduld haben irgendwie ist gerade was kaputt gegangen im Netz ne das ist das hat weil mir hat das wirklich damit zu tun Steam reagiert bei mir nicht so schnell da habe ich einfach zu viele Spiele ab weil Steam tut im Hintergrund für jedes Spiel diese diese Vorschau diese Bilder vorbuffern oh Gott und alle Speicherstände vorbuffern auch dieses Spiel ist gerade für 90% im Angebot für 19,49 also es ist 194,99 Euro top top Vielen Dank.